Wäre es nicht sinnvoller, zum Beispiel mehr Geld und Mittel für Sozialarbeit auszugeben? Ausgerechnet in Berlin drohen stattdessen Kürzungen in dem Bereich. Das eine hat mit dem anderen zwar was zu tun, aber ich glaube nicht, dass einer, der sich nicht an die Regeln hält, darauf sich bezieht, welche Auswirkungen hat das jetzt oder wie bin ich sozialisiert, habe ich zu wenig Sozialarbeit gehabt oder so. Die Leute, die sich daneben benehmen in Deutschland, müssen wissen, nach 24 Stunden bin ich beim Richter und werde abgeurteilt. Das schreckt ab. Ein Rechtsstaat muss abschrecken. Und wenn er abschreckt, gibt es auch weniger Täter. Das ist meine Überzeugung.